Hallo Werkzeug-Fans, willkommen bei Goto TV. Mein Name ist Sebastian und dein Wunsch ist mir befehlt, denn wir werden heute diesen Akkuschrauber auseinandernehmen. Jetzt fragst du dich aber warum eigentlich, wenn du das alte Video nicht gesehen hast? Ganz einfach. Wir haben diesen Akkuschrauber kaputt gemacht. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein. Das war schon eine ganz schöne Sauerei. Du hast die kleine Lokomotive. Das ist komplett weggeschmolzen. Die teuerste Räucherkerze der Welt. Ja, du hast gerade gesehen, wie er knastert, wie er brennt und wie er dann verschmorgelt ist und er ist wirklich kaputt. Also er funktioniert nicht mehr hier. Ihr seht hier und der Akku ist geladen. Also ist er geladen? Ja, der Akku ist geladen. Also rein funktioniert nicht mehr, weil er hier hinten zusammengeschmolzen ist. Aber warum ist das eigentlich passiert? Ich habe nur genau zwei Schrauben genommen, reingeschraubt kaputt. Warum ist das passiert? Weil der Motor hier, das ist ein Motor mit Kohlebürsten. Wenn man ihn überlastet, kann so etwas passieren. Wenn wir hier keine Schutzmechanismen und keine Schutzschalter haben. Ja, über bestimmte Logiken ist es so, dass die Batterie bzw. der Akku merkt Oh, hier ist was. Das ist aber nicht schön. Ja, hier ist eine eine massive Über- oder Unterlast. Und dann schaltet der Akku das Gerät aus. Das haben andere Hersteller. Vielleicht haben das auch irgendwelche Magie. Das weiß ich gar nicht. Aber der hatte es jedenfalls nicht und ist dann kaputt gegangen. Und dann ist er da drin geschmolzen. Wie du es verhindern kannst, ist ganz einfach folgendes Nummer eins. Überlastet das Gerät nicht. Das heißt, wenn du merkst, dass sich das Gerät extrem quält und vielleicht hier im schlimmsten Fall noch anfängt zu knacken, sofort aufhören, ja, sofort aufhören. Und wenn du merkst, dass das komisch fängt an zu riechen oder ähnliches, ein super sicheres Zeichen dafür, dass sie überlastet. Dann machst du folgendes. Nimmst das Gerät und durch diesen Schalter geht hier nicht mehr, sondern hier. Was genau das? Und lässt sich eine ganze Weile, also vielleicht sogar eine Minute einfach laufen. In dem Moment ist es so, dass die Kühlung, die hier drin ist, den Motor kühlt und dann dafür sorgt, dass es hier keine weiteren Probleme gibt. Ja, das ist noch mal der Hinweis. Und übrigens, ich habe das Gerät kaputt gemacht, weil du sehen sollst, wie schnell das geht und damit genau du das machst. Und wenn einige hundert von euch vielleicht ihren Akkuschrauber deswegen nicht kaputt machen, dann verkraften wir das auch, oder? Und jetzt gucken wir mal rein. Als erstes nehmen wir natürlich den Akku raus, ganz klar. Und dann schauen wir mal, wo wir alle Schrauben haben. Hier sind ein paar Schrauben, dann lege ich mal los. Okay, jetzt lege ich los. So und die letzte Schraube. Mal schauen, wie leicht wir es auseinander bekommen. Okay, da sind noch Schrauben. Da sind natürlich noch Schrauben, ganz vergessen. So, wir sehen hier übrigens da, seht ihr da? Da ist es verschmort, da ist es auch verschmort. Also hier war der böse Bereich, da war quasi Hot Impact. Wenn wir das wahrscheinlich hinten abnehmen können, ist am geschmolzen. Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir es. Ui, jetzt hängt hier so ein bisschen fest. Okay, das geht schon mal ab. Das fühlt sich nicht richtig an. Ah, da. Ja, Leute hier, da, 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 da. Das ist eine Schraube. Und ja. Mach das nicht mit dem Akkuschrauber. Ich gebe mir jetzt auch keine große Mühe, weil er eh kaputt ist. Ja, aber jetzt geht es auch richtig auseinander. Für all diejenigen, die meckern wollen. So, also jetzt haben wir hier unsere Teile. Aber wir sehen jetzt hier da hinten, dass wir da Spaß hatten. Wartet mal ein bisschen mal auseinander. Das riecht auf jeden Fall schon mal gut. Seht ihr das da hinten? Da ist es komplett verschmörgelt, verschmörgelt da. Das sieht nicht mehr schön aus. Und ich versuche das jetzt mal einfach abzuziehen. Normalerweise. So, jetzt seht ihr das Ganze. So sieht es hier aus. So und hier ist natürlich auch spannend. Das hier mal ab. So hier, das ist ja einfach nur das Getriebe. Ja, das ist vielleicht auch mal von innen aus. Seht so sieht das aus. Wir haben hier so eine Übersetzung und mehr ist das nicht. Ja, dass das hier Getriebe, um das ja alles einzustellen. Und der eigentliche Motor ist das da. Das ist eigentlich relativ klein, wenn du das überlegst. Nehmen wir mal raus. Ich hoffe, wir kriegen ihn raus. Hier ein bisschen, glaube ich, festhängt am Gehäuse. Gehäuse ist nicht so. Fangen wir mal, bevor wir hier anfangen, da noch mal an. Schaut mal da. So sieht es hier am Gehäuse aus und sie ist das wirklich, wirklich heiß geworden. Und das hier. Ich meine, das ist kein Gummi oder so. Und das ist das Halbplastik an der Stelle, was wirklich hin ist. Komplett in hier auch überall weggeschmuggelt. So und jetzt hier sehen wir genau dasselbe da. Alles verglüht, 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 verglüht. Jetzt mal schauen, ob wir hier reingucken können. So, ich glaube, tiefer kommen wir nicht ran. Gucken, ob wir das hinkriegen. Hier seht ihr das Ergebnis. Und ich denke, das Problem ist ganz einfach folgendes. Ihr seht jetzt hier ja die Drähte. Wenn das zu heiß wird, hier zwischen kann man das auch sehen. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier ist der, die Isolierung ist weg. So muss es normalerweise aussehen, so wie an der Stelle hier. Da ist die Isolierung noch drauf. Da. Da ist keine Isolierung mehr. Und das war erst mal der weiße Rauch, den wir auch gesehen haben. Wir haben diese ganze Isolierung hier quasi weggebrannt, weil es so stark eine Überlast war. Und als das dann angefangen hat, hier so stark weg zu sein, dann ist das hier komplett durchgebrannt und dadurch dann wirklich heiß geworden. Und dann hat sich das hier natürlich dann so ergeben. Und dann sieht es jetzt so aus. Ja, und klar, damit kann man jetzt nicht mehr viel anfangen. Wenn man jetzt will, kann man wahrscheinlich das Teil hier austauschen, könnte man vielleicht. Schaut mal hier, das ist richtig eingesunken hier, das Teil ist richtig komplett weg. Ja, also wenn man will, müsste man das austauschen, müsste man das hier austauschen, müsste man hier auch austauschen. Da haben wir keinen Spaß mehr mit. Überlegt mal, wie kaputt man so einen Akkuschrauber machen kann. Und wirklich, das ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, naja, das ist vielleicht so ein Kabel durchgebrannt oder vielleicht so eine Kleinigkeit, sondern wir sehen wirklich, was das angerichtet hat und was nur dieses bisschen, nur diese zwei Schrauben angerichtet haben mit diesem Akkuschrauber. Schon erstaunlich, oder? Und dann sieht man, was diese Technik, wie ausgeklügelt das heutzutage ist, mit diesen bürstenlosen Motoren bzw. mit Schutzschaltung und so weiter. Und was passiert, wenn das eben nicht greift oder nicht funktioniert? Schon echt erstaunlich. Ihr wollt es sehen, so sieht das Ganze aus. Ich bin immer noch erstaunt, wie kaputt das ist. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, dass es so stark defekt ist, dass das so hier jetzt sogar hier ist sogar Lot runtergetropft. Ja, sieht man da. Das ist schon erstaunlich, dass irgendwo hier runtergetropft hier aus irgendwas raus. Wo genau kann ich gar nicht sagen? Wir haben uns das Ganze jetzt gerade mal hier so als Puzzle hingelegt. Man sieht immer erstaunlich aus. Ich muss sagen, es macht macht schon Spaß, was mal auseinanderzunehmen und sich das Ganze mal von innen auch anzuschauen. Auf jeden Fall. Irgendens denke ich, dass ich ein Akku hier angeschlossen habe. Ja, das war nur zum Anschauen. Es ist wirklich kaputt. Es ist wirklich am Hintern. Und ihr habt gesehen, wie stark das Gerät kaputt gegangen ist. Ich kann euch nur sagen, dass dieses Video wirklich euch dienen soll. Als mahnendes Beispiel aus meiner Sicht übrigens als mahnendes Beispiel. Wenn ihr ein neues Gerät kauft, kauft nach Möglichkeit ein waschliches Gerät. Ja, ob nun 12 Volt, 18 Volt, 54 Volt oder wie viel Volt auch immer. Kauft ein waschliches Gerät. Da habt ihr so ein Problem erst einmal nicht. Und da könnt ihr es erst mal nicht so leicht fehlbedienen. Auf jeden Fall. Und dadurch geht es ganz natürlich nicht kaputt. Und ich muss sagen, ich habe das früher schon einige Mal bei meinem privaten Akkuschraube gehabt. Das mal so hat mal so geknackt und so war mal irgendwas. Und ich habe mir aber nie was bei gedacht. Und jetzt muss ich sagen, habe ich schon gedacht, na ja, 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 ich habe ganz schön oft Glück gehabt. Falls es dir auch so geht, schreibt es mal unten in den Kommentaren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir noch mehr davon ausprobieren sollen, ob wir vielleicht auch mal alle anderen Hersteller ausprobieren sollen, die nicht Borschles Geräte haben, ob wir wirklich mal eine ganze Reihe uns anschauen sollen, weil viele haben den Hinweis gegeben, dass es bestimmte Hersteller gibt, wo es nicht passiert wäre. Und bei anderen Herstellern, wo man es nicht glauben würde, schon passieren würde, aber das gerne in die Kommentare. Und jetzt ran an den hoffentlich nicht defekten Akkuschrauber und bis zum nächsten Mal.